Der Scalat Sortiment, Rakettensortiment Sechs Raketen im Set, da die Raketen ziemlich scheiße sind, haben wir die ein wenig gepimpt Mal gucken wie der Effekt, ob der sich sehen lässt So, die ersten zwei Die nächsten zwei Und die letzten zwei Und bei dem anderen war nichts Und bei dem anderen war nichts